Wir wussten natürlich, dass es schwierig wurde in der ersten Phase des Spiels, weil dann wird ein Gegner doch alles geben, um die Verunsicherheit bei uns noch deutlicher zu machen. Das wussten wir natürlich. Jeder Sieg hilft. Und auch in der zweiten Halbzeit haben wir das Fußball spielen können, was wir auch können spielen. Ich hoffe doch, dass ich in der Zeit einen neuen Trainer gefunden habe und sonst muss ich wieder meine Lizenz verlängern, dann muss ich wieder anfragen. Ich denke, dass die Leute mich auch fragen werden, aber nochmals, das sind Entscheidungen, die gemacht werden und ich denke, dass ich jetzt in der Woche, dass ich hier gewesen bin, auch bestimmte Eindrücke bekommen habe. Und wenn dann die Frage kommt, was am besten passt, welcher Trainertyp, dann werde ich da meine Meinung geben. Ich hatte das insofern auch verkündigt. Und ich habe auch nach dem letzten Mal, habe ich auch meine Lizenz nicht mehr verlängert. Und darum musste ich jetzt wieder eine neue Anfrage tun für meine Lizenz für diese Woche. Und ich hoffe nicht, dass ich es nochmals verlängern muss oder wieder neu anfragen. Und ich hoffe nicht, dass ich es nochmals verlängern muss. Vielen Dank.